Briar ist das Ergebnis noxianischer Blutmagie-Experimente und wurde als ein Wesen mit endlosem Hunger geboren, das nur für die nächste blutige Mahlzeit lebte. Nach vielen Jahren hinter Schloss und Riegel lernte sie jedoch, ihren Hunger zu kontrollieren. Jetzt ist sie frei und will Freunde finden. Oder fressen. Als Jungler will Briar so lange Monster naschen, bis ein leckerer Champion oder Folge-Gank auf dem Menü steht. Wenn es angerichtet ist, stürzt sie sich Zähne voraus in den Kampf. Ich hoffe, du bist hungrig, denn wir servieren dir die Fakten zu diesem unersättlichen Jungler. Willkommen zum Champion-Spotlight mit Briar. Beute, schwach und... Tut mir leid, alte Gewohnheit. Hi! Briars Passiv ist blutroter Fluch. Sie hat keine eigene Lebensregeneration und ihre Fähigkeiten kosten Leben. Sie kann sich zwar mit Tränken und ähnlichem heilen, aber eigentlich will sie Blut. Ihre Angriffe und Fähigkeiten lösen eine steigerbare Blutung aus, die sie abhängig vom verursachten Schaden heilt. Je niedriger ihr Leben, desto größer ihr Hunger und die Heilung. Das bedeutet, dass Briar den Kampf sucht, anstatt ihn zu meiden. Dank der erhöhten Heilung bei niedrigem Leben ist sie schwer zu töten und kann Gegnern die Falle locken. Blut ist nicht die einzige Nahrung? Bevor wir vom Rest ihrer Fähigkeiten kosten, sprechen wir über das Hauptgericht. Blutrausch. Briars Weh löst das Joch, das sie fesselt, und sie gibt sich einige Sekunden lang dem Blutost hin. Sie läuft automatisch zum nächsten Opfer in Reichweite, wobei sie gegnerische Champions priorisiert. Sie hat also keine Kontrolle über Bewegungen und Angriffe, kann aber Fähigkeiten und Beschwörerzauber einsetzen und Gegenstände aktivieren. Ich verdrück dich und deine Kinder! Ihr Angriff und Lauftempo ist erhöht und ihre Angriffe verursachen Flächenschaden. Eine Reaktivierung verstärkt ihren nächsten Angriff mit Heißhunger. Er verursacht zusätzlichen Schaden, abhängig vom fehlenden Leben des Ziels, und heilt sie erheblich. Briar ist im Blutrausch am stärksten, weil sie schneller Dschungelmonster und Gegner verschlingen kann. Sie ist dabei aber unkontrollierbar. Wähle dein Timing und deine Ziele mit Bedacht, damit du den Mund nicht zu voll nimmst. Bin noch gar nicht satt. Mit Hals über Kopf springt Briar zu einem Ziel, betäubt es und reduziert seine Rüstung. Sie kann auch einen Verbündeten anvisieren und zu ihm springen. Du kannst diese Fähigkeit im Blutrausch aktivieren, damit Briar das richtige Ziel mampft, also einen köstlichen AD Carry statt eines zähen Tanks. Aber Vorsicht! Wenn Briar damit einen Vasallen oder ein Monster anvisiert, priorisiert sie nicht mehr gegnerische Champions, sondern greift das Ziel in nächster Nähe an. Briars E ist blutrünstiger Schrei. Sie hält inne und sammelt sich. Dabei erhält sie Schadensverringerung und stellt Leben wieder her. Dann stößt sie einen markerschütternden Schrei aus, der Schaden verursacht unverlangsamt. Ein maximaler Schrei stößt Gegner zurück, betäubt sie, wenn sie eine Mauer treffen, und verursacht tonnenweise Schaden. Briar kann diese Fähigkeit im Blutrausch wirken und ihn damit beenden. Es ist die einzige Möglichkeit, vorzeitig die Kontrolle wiederzuerlangen. Also verschwende sie nicht. Nutze sie, um dich zu erholen, nachdem du dich sattgekämpft hast, oder um dein Ziel für einen Nachschlag gegen eine Mauer zu werfen. Wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Du könntest einfach dein Blut teilen. Man ist nirgendwo sicher, wenn Briar hungrig ist. Und das ist sie immer. Mit ihrer Ult sicherer Tod kickt sie einen Hermatiten mit großer Reichweite über die Karte, der den ersten getroffenen gegnerischen Champion als Beute markiert. Dann springt sie wie eine gesenkte Fledermaus zu ihm, verursacht bei der Anpunkt Schaden und schlägt Gegner in die Flucht. Danach wird reingehauen. Briar verfällt in einen verstärkten Blutrausch mit zusätzlichen Resistenzen, Lebensraub und Lauftempo. In ihrem ultimativen Blutrausch priorisiert Briar ihre Beute und sie lässt nicht von ihr ab, bis jemand stirbt. Du musst deswegen aber nicht gleich runterrennen. Nutze Q zum Betäuben, W zum Umpositionieren und Beißen oder beende die Jagd vorzeitig mit E, um an einem anderen Tag zu fressen. Sicherer Tod macht Briar zu einer ständigen Gefahr, besonders wenn er auf Massenkontrolle folgt. Springe damit über die Karte in einen saftigen Kampf oder schlage zurück mit einem Gank. Es wird nichts übrig bleiben. Das war genial! Gleich nochmal! Die Idee hinter Briar ist, für Stärke die Kontrolle aufzugeben und die Entscheidung wird die überlassen. Anstatt ausgeklügelter Mechaniken und präziser Skillshots geht es bei ihr ganz ums Timing. Wer seine Fähigkeiten verbrät, ist ein gefundenes Fressen für Überfälle. Den besten Moment für den Blutrausch zu finden, die richtigen Ziele zu wählen und zu wissen, wann genug ist, kann zwischen Schlemmen und Sterben entscheiden. Briar mag zwar im Blutrausch am stärksten sein, aber die Zeche muss bezahlt werden. Massenkontrolle ist ihre größte Schwäche und chaotische Teamkämpfe, in denen sie von Hauptzielen weggedrängt wird, sind schwer zu verdauen. Suche lieber nach Duellen und Einzelzielen, damit sie ihre Beute verputzen kann, bevor diese irgendwas merkt. Briar ist zwar nicht wählerisch, aber Gegner mit Mobilität oder Fluchtmöglichkeiten hinterlassen einen üblen Nachgeschmack. Entweder sie vergeudet ihren Blutrausch oder sie landet in einer misslichen Lage. Hinzu kommen Champs, die ihr mit ungeeigneten Zielen den Appetit verderben können. Klone und Tanks schmecken einfach nicht gut. Ist Briar etwas für dich? Ihre kompromisslose Spielweise könnte dir gefallen, wenn du gern Vi, Diana oder Camille spielst. Sie ist außerdem eine Überlebenskünstlerin, wenn dir Champions mit viel Eigenheilung zusagen, wie Warwick, Aatrox oder Wladimir. Du bist nervös. Ist es das Joch? Ich kann es abnehmen. Okay, weniger reden, mehr essen. Hau rein mit Briar, dem gebändigten Hunger über die Links unten. ! Untertitelung des ZDF für funk, 2017